Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Pavel Pipovic und bei mir zu Gast meine alte Kollege Bronko Kulitschka. Bronko, grüß dich. Pavel, grüß dich auch. Sehr verehrtes Publikum, es geht heute Abend um internationale Mode. Tschechen. Internationale Tschechen-Mode. Danke, Bronko. Bronko, du warst für uns unterwegs in Mailand, in Paris, in New York und in Tokio. Äh, nein. Du hast aber hoffentlich zwischenzeitlich die Kunditsch gemacht, was zurzeit Moditsch ist. Ja. Würdest du bitte ein bisschen was präsentieren? Logisch. Meine Damen und Herren, Bronko Kulitschka trägt einen Jackett, klassisch gehalten. In der Note, Sportlich Dynamisch. Da drunter trägt er einen selbst gestrickten Rollkragenpullover. In der Note, na, wie würde ich sagen, Herbstlich-Männlich. Ja. Außerdem schmückt er Kulitschkas Gesicht ein farblitschharmonierendes Brillengestell der Ortskrankenkasse Prag-West. Dazu trägt er Kulitschka höchst eigenwillig eine selbst geschmuggelte Importzigarette aus Prag. Danke, Bronko. Bitte, Pavel. Servus, Publikum. Euro. плюсol Amber. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020